Herzlich Willkommen zu der Megaputzroutine. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich. Viel Spaß. Ich freue mich. 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 Ich will noch meine Tasche stehen. Es ist nicht viel anlöcheln. Die Decke ist wieder sauber. Das war die Megaputzroutine. Teil 2. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich freue mich. 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 Dannちょっと ein, wenn ich einfache. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020